Boah, ey, wenn du da nicht so... Ich kann es vergessen, ey, wenn du nicht sofort reagierst, dann geht das nicht. Das nervt mich jetzt gerade total an. Du musst echt im hundertstel Sekunde, wenn das dritten steht, drücken. Hier, zack. So. Den linken musst du das nicht überhaupt schnellst. Standardkosten halt, ne? Yeah, was mache ich denn? Boah, man kann das nicht überspringen. Boah, ja. Du, welche Tests du jetzt kommst? Boah, ich bin weiter. Boah. Ah, ne, jetzt bin ich ja hier. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Wie soll denn das gehen? Wie soll das bitte schön gehen? Ah. Wie soll ich denn das것stellen? Ah. Wie sollshin waterskostntrin? Ein Rund andantinn. Wie soll das denn tun? das problem ist dass ich auch außer auf der linke auf der linken maustaste auf den tasten einfach nicht so schnell bin es gibt es doch nicht was das gibt es doch jetzt gerade gar nicht okay war das dann wenn ich da noch mal hinkommen sie schreibt gerade am kran vorbei irgendwie rechts da wäre eine öffnung gewesen wenn ich da noch mal hinkommen weil das so zillert echt So. eigentlich kann ich ja rechts bleiben nein rechts ist eine öffnung ich wusste doch einfach nur das bremsen recht ist eine öffnung da ist genau das geht ich weiß nicht wo ich lang muss es geht nicht das funktioniert nicht da ist keine öffnung ich kann es gerne noch mal probieren aber wenn ich jetzt natürlich an den typen wobei kommen okay das funktioniert so noch mal rechts zeigen so so rechts zeigen rechts zeigen rechts zeigen ich versuche es einfach was ist denn das für ein schwachsinn so jetzt bin ich gerade ein bisschen am verzweifeln muss ich das alles sagen das problem ist ja immer noch das das ist das ist das problem wenn ich jetzt also hier boost anwenden will darf ich vorher wieder kein gas geben so ich gebe jetzt mal kein gas das ist nichts da ist nichts ne da ist nichts ne da ist nichts ne rechts ist auch nichts ne ich komme nicht durch ach leute ach leute scheiße was da steht was drunter ja da steht so Boah, es ist so scheiße, Alter Oh, jetzt auch keine Lust hier einmal aufzugeben Jetzt werde ich nämlich langsam wieder wach Weil das sind so Stellen, wo ich wach werde, weil ich nicht weiterkomme Egal, ob das Spiel scheiße ist oder gut ist Ich komme da nicht weiter und jetzt muss ich das probieren So, jetzt kommt nochmal so ein Typ So Und das habe ich jetzt langsam raus, Jon Fahre weiter, lass nicht zu, dass sie dich erwischen So, nutze ich den Paul Ich kann da nicht ausweichen Er steht dort, ich soll den Power Slide nutzen, um den herannahenden Helikopter auszuweichen Was aber so nicht funktioniert Jaaah Ich kann es ja nicht weg trinken. Ich habe vergessen. Hier oben drüber. Aber nur ganz kurz. Hä? Wie hier oben drüber, aber nur ganz kurz. Achso, ja, das steht oben drüber. Nur ganz kurz. Und es steht da dort, dass ich den Power Slide benutzen soll, um den herannahenden Helikopter auszuweichen. Da aber es keine Möglichkeit gibt, den herannahenden Helikopter auszuweichen mit dem Power Slide, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ach, naja, ey, Leute. Ich kann doch jetzt wirklich einfach. Kann man bitte von euch jemanden im Stream mal irgendwie schauen, wie man hier weiterkommt? Na ja, ist es ja jetzt gerade ein bisschen machtlos. Oder vielleicht sollte ich einfach mal selber gucken, wie man jetzt hier weiterkommt an der Stelle. Das hier mal ganz kurz einen Cut reinhauen. Weil es ist Schwachsinn, ich weiß nicht wie. Hab, hab geguckt. Was, hab, hab, hast du denn geguckt? Lass mich raten, der ist unten durchgeschlittert. Lass mich raten, der ist unten durchgeschlittert. Power Slide an der rechten Seite lang, also auf der Rechtsstraße. Was? Auf der Straße rechts, okay. Dann probieren wir das nochmal. Die Straße rechts. Schwachsinn. 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 Totaler. Totaler Nonsens. Dann krieg ich den jetzt hier schon wieder. Also ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal ganz kurz, jetzt bin ich ja jetzt etwas gerade überfragt und ich, ja, keine Ahnung. Du musst weiter rechts rüber, jetzt warst du schon fast wieder in der Mitte. Meine rechts rüber. Ach, jetzt krieg ich das wieder nicht gebacken. Sorry, dass ich jetzt mal ganz kurz so in meinem letzten, wir machen das alle gleich in meinem letzten Ladescreen. Aber, ich habe überlegt. Hä? Ist auf einmal links. Wow, das Spiel ändert sich ja. Aber ich denke, das war eher ein Versehen gerade. Ja, ja, ich... Ja, rechte Straßenseite. Ja, ich werde rechts, so rechts sein, also so rechts, leider nicht rechts sein, wie ich nur kann. Okay. So, Ups, leider noch nicht. Dadurch, dass es aber da um die Kurve geht. Also jetzt hier rechts, da soll ich lang? Okay. Oh. Was ist das für eine Scheiße, ja? Rechte Maus, äh... Ach, Mann. Ey, es gibt's gleich auf, wirklich. Es ist... Ja, also es... Also es nervt gerade. Es nervt gerade gewaltig. Gerade, weil man so von so weit vorne nochmal anfangen muss. Ja, Gas geben, klar. Naja, also echt. Das ist mir noch zu doof. Jetzt bin ich hier noch zu doof dazu. Oh, Mann. Oh, Mann. Schastos. Oh, that's you, Dave. Oh, endlich! Klasse! Ich werde jetzt vielleicht mal kurz langsamer fahren. Ich fahre jetzt mal so langsamer. Guck mal, kann ich da auch lang schlitteren? Ja, kann ich. Gut, okay. Ich versuche jetzt den Helikopter auszutricksen. Ich habe mich selber verarscht. Okay, ich probiere es nochmal. So, nochmal eins. Ja. Ähm. Aber kann ich denn eigentlich... Moment, das kann ich ja mal probieren. Kurz jetzt auf dem... Kann ich denn beim Sliden noch... Achso, ich muss ja... Oh, das will ich mal kurz probieren. Ja, kann ich. Ich kann noch lenken. Ich kann beim... Oh, blöd. 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 Oh, blöd, blöd, blöd. das problem ist der power state ist großschreiben testet und dann soll ich noch die dazu drücken das ist irgendwie die totale fingerverkrampung auswärts zu gehen das heißt trotzdem versuchen etwas langsamer soll sich so lange wie vorhin gerade aber etwas so und ja ja fick dich du hubschrauber ja